Musik Eine Frau ist auf der Suche nach ihrem Mann, der an einem unbekannten Ort inhaftiert ist. Ein Gefängnis voller geheimer politischer Gefangener, Verhöre, Folter. Darf ein Staat die Menschenrechte verletzen, um Gefangenen Informationen abzupressen? Sie sind doch eine gute Staatsbürgerin. Und als gute Staatsbürgerin verlange ich Eindrigg in die Akten meines Mannes. Musik Es hat nie eine Verhaftung gegeben. Es gibt keine Akte, die das beweist. Begreifen Sie das ein für alle Mal. Ludwig van Beethovens »Leonore« ist die Grundlage eines Musiktheaterprojektes des Staatstheater Nürnberg in den Räumen des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände. Wie aktuell ist Beethovens Oper über politische Gefangenschaft und die Utopie der befreiten Menschheit? Junge Sänger aus dem Opernstudio des Staatstheater Nürnberg, Studierende der Hochschule für Musik Nürnberg und Mitglieder des Hans-Sachs-Chores sind die Protagonisten dieses spartenübergreifenden Projektes. Musik 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 Amen.